Ich habe die Lösung des heutigen Fortbytes zu finden unter einem Weihnachtsbaum oder einem Baum in dem Haus von einem Nusskracker und dafür müsst ihr etwas über Frosty Fries bei diesem Eisbekeland oder dieser Eisbekeland, wie ihr es auch nennen wollt. Bei diesem Haus hier über Frosty Fries geht ihr einfach hin unter dem Baum, sammelt es auf jeden Fall ein und dann seid ihr auf jeden Fall näher dran an dem letzten Ziel von dem Motore per Skin und bei diesem Fortby müsst ihr auch nichts besonderes beachten, kein Skin, keine Schwitzsäcke und kein Rucksack. Ich hoffe, das war hilfreich. Wenn ja, lasst mal ein Like da. Macht's gut, Leute. Ja, morgen werde ich leider nicht streamen können, weil ich morgen unterwegs bin. Ansonsten viel Spaß noch beim Jocken. Ciao.